Die Lorke Porzellanfirmen sind zwei Familienunternehmen, die im ehemaligen Rätschareal die über 120-jährige Tradition der Porzellanproduktion in Wunsiedel fortsetzen. Unsere Schwerpunkte liegen in der individuellen Umsetzung unserer Kundenwünsche und der Produktion von exklusivem Reliefporzellan. In liebevoller Handarbeit werden die Bildvorlagen zu dreidimensionalen Kunstwerken graviert. Durch traditionelle Herstellungsmethoden in der Manufaktur können wir auf die individuellen Kundenwünsche eingehen und kleine Stückmengen bis hin zu Einzelstücken fertigen. Alle Produkte werden ausschließlich bei uns hergestellt. Auch bei den Bauteilen und Verpackungen arbeiten wir überwiegend mit regionalen Herstellern zusammen. Bei uns bekommen sie aufwendige deutsche Handarbeit zu einem fairen Preis. Mit unserem hochwertigen Porzellan begeistern wir Kunden in mittlerweile ganz Europa. Lorke Porzellan – Ihre kompetenten Partner, wenn es um Porzellan geht.